Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. 1 mit heißes Pflaster. Schwierigkeit 2 sollten wir hinkriegen, heute mit To-Date. Abzeichnen das mal jetzt einfach mal. Ich zeige schon, wir dürfen nicht dorthin, wenn es gerade umgeht. Danke. Ich hab meine Pigs. Ich will nicht schießen. Erste. Vielleicht mal gekriegt, da oben ist noch was. Oh, Entschuldigung, ich mach dir eigentlich noch... Ja, bitteschön, du kriegst Wasser. Ja, hab ich. War ich so nett bin. Ja, hab ich. War ich so nett bin. Hier kann ich schreien. Okay. Okay. Hier kann ich schreien. Ich möchte so schnell so gut. Ja, ich schreien die için schreien. Also, das ist so, dass ich schreien. Oh, das war's für heute. Das ist alles sehr gut, das ist alles gut. Das war's für heute. So was gibt es mir? Wir gehen mal. Wir gehen mal. okay Einmundersam erhalten. Irgendwie lachen. Pau da aqui. Ok. 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 Oh, das ist das Problem. Aber genau, und dann muss sie jetzt, dann muss wahrscheinlich das Secret Exit. Ah, wenn ich jetzt Secret Exit finde, dann schlitte ich direkt alle frei. Okay, dann mache ich erstmal magmativen Observatorium 3. Das ist ja nur kurz einmal die Blume abholen. Ich habe völlig darauf gebrannt, den Palast im Alleingang zurück zu erobern, aber dann ist es mir zu heiß geworden. Ja, es ist sogar ziemlich gefährlich da draußen. Ich weiß nicht, wie du das aushältst. Da fällt mir ein, ich habe hier etwas Nützliches gefunden. Du solltest es an dich nehmen, Frustoria. Oh, das muss man das, dass ich hier mal auf 100% bringe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay. Bye, jetzt. Ich habe noch Tatsum, also. Und die letzte Gruppe für dieses Level. Tschüss! Hallo! Gäste. Puppy, Puh! Puh, puh! Die Münzen aufsammeln. Ja, ist auch schon toll. Ja, ist auch schon toll geworden. Jähu. Weißt du, solche Verschnauz-Parsen sind ja immer gut. Sieht eigentlich ziemlich gut aus mit dem Pliegel, ne? Ähm, Makro-Arena, komm. Was darf ich sein? Entschuldigung, Entschuldigung! Was? Was nehmen wir denn 11 an? Au! Au! Hier 100% zu kriegen. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Ich hab nichts zu gesehen. Oh, nein! Oh, nein! Ja, okay. Nimm gut. Das ist ein bisschen schwer. Das kann ich denn ausgehen. Oh, nein! 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 Ich hab schon mal gesagt. Oh, nein! 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 Oh, ja, das wird schwierig. Hauptsache, ich lasse das. Oh, ja, das wird schwierig. Okay, ich lasse das schon. Okay, das ist dann durchsperren, Salvat. Okay, ich lasse das. Okay, ich lasse das. Oh, ja, das wird auch nicht. Okay, ich lasse das. Was darf es sein? Okay, ich lasse das. 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 Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020